Als Jahrgangsbeste erwarten wir Großes von dir. Deshalb bekommst du eine besonders schwierige Aufgabe. Du wirst eine Stadthexe. Genug! Begebe dich nun auf den Weg in deine neue Heimat als Stadthexe von... ...Rheinbach. Denn wir sind jetzt richtige Hexen und bereit für alles, was kommt. Ja, wir sind jetzt richtige Hexen, ganz egal was passiert, das meistern wir schon. Ja, wir sind jetzt richtige Hexen und bereit für alles, was kommt. Herr Schrödinger und seine Katze löste. Wow! Sie sind die Hexe, nehme ich an. Amalia, freut mich, Sie kennenzulernen. Wunderbar, dann freut sich ja wenigstens einer von uns. Meine Stadt, meine Regeln und sollten Sie dagegen verstoßen, dann... ...dann wird das Konsequenzen haben. Haben wir uns verstanden? Stadthexen, ich rufe euch! In Rheinbach gibt es ein Problem. Es ist Zeit für den... ...Hexenrat! Hexen, 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 schon seit hunderttausend Jahren. Freut euch an, ihr Hexenrat! Wir wollen Hexen! Der Sonne, wir haben kein Lapp für Hexen! Selbst an der BIM! Lallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall Vielen Dank.